Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play, zu der Demo von Resident Evil 6. An der Xbox? An der Xbox, okay, nein, die ist wohl. Ähm, wir werden uns abwechseln, hallo. Und wir sind jetzt von so einem... Sagst du, ich glaube, ich bin mit dir. Die werden sehr freundlich sehen, ich will mit dir. Uns geht's gut? Na gut, na gut, na gut. Also, ich fange an mit Leon Story und ich werde Leon Story mit Helena spielen. Weil das ist ja Leon Story, deswegen spiele ich nicht Leon. Das ist logisch. Hier seht ihr nochmal die teure Steuerung, davon habt ihr bestimmt voll was, weil ihr wahrscheinlich mehr als 50% ja nicht von den Zuschauern das wahrscheinlich nicht spielen könnt oder so. Okay. Also, hier wir sind. Wir sollen gleich lauter machen. Ja, keiner, der den User hat, schaut sich das an oder so. Doch, doch. Ja, ja. Hallo. 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 Herr Präsident! Aber er immer. So total nach dem Motto, er ist ein Zombie, du kannst ihm nicht mehr helfen. Und er zum Teil ist kein Zombie, ich kann ihm helfen. Er ist der Präsident. Komm schon mal. Stimmt, der ist besonders, ne der Zombies, der kann wieder zurückgegangen werden. Das ist immer so. Der Wind. Das Blut schaut aus wie wenn du von so einem Karussell die Farbe abkratzt. Das rollt sich doch dann so ein. Wie hat das ausgesehen? Okay. Weil die Stangen, die waren auch immer hoch. Oh mein Gott. Vielleicht lag es ja nicht an dem... Ah ja, wir haben uns das noch gar nicht vorgestellt. Hey, mein Name ist Tani94. Und ich bin Marci der Pack. Tani94. Sie hat keine Brüste. Überhaupt nicht. Sie hat es vielleicht so oberweite. Aber so... Nein! Also wie ich schon über meinen Arm mit ihr hingetan habe, wo ich dann einfach gesprungen bin, das... Ja. Naast. Seriously, naast. Naast. Honey, get rid of each other. Es ist nicht so super. Sie hat sich nicht so gut. Sie hat es nicht so gut. Es ist ja gut. Sie hat sich nicht so gut. Sie hat mich auf das Ganze nicht zu hören. Sie hat nicht so gut. Ich würde mich nicht so gut. Sie hat mich nicht so gut zu hören. Ich muss zuerst einigen Fragen. Und ich muss eine Frage an deinen Situation. Wie bei ihr mehr Ängste beim Tippen abgeht, als bei den beiden. Ein It's not slowing down? Ich mag die Musik. Darf ich anführen? Das ist nicht, darf ich anführen, sondern es war so die Frage danach, ach, ich weiß, wo es lang geht, wenn du mit mir mitkommst schon. Wir sind noch Untertitel am Machen. Na. Na? Na. Okay. Na, na, na. Ich bin was Besonderes zu kennen. Ich hab Haare in der Fresse. Ja, geh im Kreis. Verarsch mich. Ich möchte vielleicht auch sagen. Okay. Deal. Alles klar. Wir handeln hier mit unglaublichen Pferde... Wir handeln hier mit unglaublichen Pferdestärken. Ah, mhm. Wir handeln hier mit Pferden. Wenn die auch nur besuchen. Ja, dann... Warte! Er geht wie die Weiber. Es ist echt so. Ja, er hat ziemlich weibliche Elemente. Er hat eine schrotes... Ein schrotes Herzmutter an. Ein schrotes Herzmutter. Sie stehen exakt da wie in den alten Teilen. Also exakt, wenn sie nichts zu tun haben. Yes! Yes! Sag mal was. Hier steht da... Are you alright? Ich kann es sagen! Jetzt hab ich das Spiel geschrotet. Jetzt kannst du nichts mehr sagen. Sie ist eingeschüchtert. Siehe... Und jetzt da er auf den Boden gefallen ist, darf man nicht mehr zum Pferd gehen. The way is blocked. We gotta get... Do this. We gotta do this. We gotta get... We gotta get... We gotta get... Das Spiel mit Johannes. Oh, das ging... So voll romantisch so. Rrrrm. Ne! Renn nicht so schnell. Wie sie schaut... Ich will das gar nicht. Schau für die Hände. Das ist dein bestes Bett. Ich habe das beeindruckt, wie du schon Essen serviert hast und alles verwüstet, aber kein Zorn mit ihm. Nicht einer. Ja! Die Musik ist bekannt aus dem zweiten Trailer. Nein, nein, nein! Ein Kind! Wo ist ein Kind? Ein Kind! Ich werde es mit mir nehmen. Ja! Da ist eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Schieß drauf, schieß drauf! Ich kann es nicht! Komm mit mir! Komm mit mir! Komm mit mir! Komm aus deiner... Emo Ball, komm aus deiner Ecke raus! Ja, nein! Was war das? Was? Ich weiß! Was kam mit mir da entgegengeflogen? Okay, nein! Ach, die gibt es jetzt auch als Bälle! Ballman! Du bist aber ein süßer Ball! Der Emo will doch nur spielen! Bad Ball! Bad Ball! Bad Ball! Ballman! Bad Ball! Lederball! Lederball! Die haben hier eine Säule gefunden! Und sie auch! Dasselbe macht Leon, wenn man ihn spielt. Also ich will wissen, wie es im Coop ausschaut, wenn du beide spielst. Ähm... Ja! Ich will das jetzt berühren! Nein! Und dann gehen sie extra in den Raum, wo der Flügel steht, um sich gegenseitig auf die Tassen drauf zu hauen. Genau! Und dann, das ist das! So haben sie den Abschluss zu Zirkusgalopp-Greffen. Genau! Also mit diesem... Oder welches Lied auch immer das war. Diese typisch übertriebenen Piano-Inszenierungen, wo man angeblich mit dem Keyboard 5.000 Tassen auf einmal spielen soll. Und dann ganz am Ende der Ton ist alle Tassen auf einmal. Ich dachte, welcher mehr ich so viele Hände hatte? Man zitiert in meinem Kommentar. You will need three cats... Nee, was war's? You will need three cats to play this. Oder nicht mal. Ja! So ein kleiner Schatten! So ein kleiner Schatten! Und äh... Was war's noch? Not even your feet vorher. Ja, genau! Not even your feet will help, though. Mr. President! Don't shoot! Hey, don't shoot! Ja! Ich will niemals herausfinden, was diese Menschen vorführen. Hm. Vielleicht noch ein richtiges Spiel. Genau! Vielleicht überlebt ihr auch. Nein! Das ist seine Tochter, die ungefähr vom Stockwerk hier weiter entfernt ist. Der Stockwerk hier weiter entfernt. Meine Tochter! Sie ist alle allein! Wenn wir etwas nicht machen... Genau! Ich verstehe! Danke, Leon! Wenn du es nicht hältst, dann wirst du es nicht sagen. Oder was? Mach das später nochmal. Dann knüge ich dich. Das sagt Helene immer. Calm down! Calm down already! Calm down already! Calm down already! Please! Is that your Tochter? Mhm. All right. Let's find her. Leon, we don't have time to... We're making the time. Wir haben keine Zeit. Wir machen die Zeit. Okay, dann. Liz! Liz! Where are you? Hier nicht! Wenn sie so weit weg war und geschrien hat, dann wird sie nicht hier sein. No? Wieso haben sie eigentlich keine Zeit? Ich meine, Toni, sie sind doch hier schon überall. Sie müssen doch zur Kathedrale. Ja, aber... Da hat ja jemand die Stadt hochjagen, die Raccoon City. Das haben sie eigentlich mit Afrika gemacht. Ich bin also entlegst.